Moin aus Hamburg und herzlich Willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für dein Leben. Hier ist dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Serabinia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freu dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Willst du den positiven Spirit unserer Podcast-Folgen jeden Tag noch besser für dein Leben nutzen und auch deine Liebsten mit stärkenden Inspirationen und heilsamen Gedanken beschenken? Dann hol dir jetzt Seraphins neues Karten-Set. Das wünsche ich dir. Mit 62 gute Wünsche-Karten für ein bewusstes, glückliches Leben. Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter, teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinia Verlag. Was halten wir in unserem Leben eigentlich so alles fest, obwohl es uns gar nicht entspricht oder uns sogar eher schadet? Wie können wir lernen, all das leichter loszulassen? Und was hat das eigentlich mit Selbstliebe zu tun? Tja, Fragen über Fragen, die in dieser Folge ihre Antworten finden werden. Herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und willkommen im Studio. Ich freue mich sehr, Seraphine. Hallöchen. Ja, ich freue mich auch. Hallo Benedikt und herzlich willkommen, ihr Lieben, wo immer ihr gerade seid. Selbstliebe, wie Selbstliebe dir beim Loslassen hilft. Loslassen ist ja so ein tiefer Wunsch unseres Herzens. Da sind Erwartungshaltungen anderer, die wir da haben und mit uns tragen. Überholte Gewohnheiten, alte, schädlich auf unser Leben wirkende Glaubenssätze, die wir in uns verankert haben irgendwann und irgendwo, die in unserem Unterbewusstsein so schlummern und darauf warten, dass wir sie austauschen. Ja, sie warten darauf. Bitte, die warten darauf. Bitte, bitte. Nämlich durch Glaubenssätze austauschen, die zu unserer inneren Natur passen. Und die Kraft, die uns Kraft geben, unser Leben halt wieder so zu gestalten, dass wir wieder Liebe und Sinn auch in unserem Leben spüren. Ja, genau, darum geht es. Wie kann uns Selbstliebe jetzt unterstützen und dabei helfen, all das Überholte oder uns Nichtentsprechende wirklich loszulassen? Also, um es mal ganz kurz zu machen, das Festhalten an für uns schädlich, auf uns schädlich wirkende Gewohnheiten oder Glaubenssätze, dieses Festhalten, kennzeichnet schon einen Mangel an Selbstliebe. Nicht wahr? Das sei nur einmal schon vorweg gesagt. Dieses Festhalten von etwas, was uns eher innere Blockaden beschert und äußere Konflikte. Nicht wahr? Aber dieses Festhalten von so etwas, das zeigt schon, dass wir uns uns selbst gegenüber lieblos verhalten. Wenn wir beispielsweise Inhalte, und das ist es schön, dass du es so auf den Punkt bringst, wir haben viele Inhalte in unserem Unterbewusstsein und die machen dann so ein reaktives im Alltag, im Verhalten. Wenn wir beispielsweise Inhalte gelernt haben, uns funktional zu verhalten, ist wichtiger als zu schauen, wie wir uns dabei fühlen. Nicht wahr? Oder wenn wir gelernt haben, Inhalte in uns aufgenommen haben, dass Dinge wichtiger sind und das Bewahren von Dingen und der Umgang mit Dingen und die Pflege mit Dingen und so weiter und so fort wichtiger ist, als das lebendige Innere zu bewahren. Wenn wir solche Inhalte in uns integriert haben, dann kommen im Alltag manchmal so Reaktionen und dann denken wir, was war das denn, wie reagiere ich denn da auf was und so, das will ich doch gar nicht. Und dann haben wir so eine Diskrepanz aus einem Verhalten, das wir da betrachten können, das wir an den Tag gelegt haben tatsächlich, das wir aber nicht wollten, wo wir sagen, hä, wo kommt denn das her? Und das liegt halt daran, dass in dieser unterbewussten Kammer des Schreckens, wie ich immer sage, dass da halt Dinge schlummern, die ausgetauscht werden wollen, schönes Bild, danke dafür, ja. Die aber vor allen Dingen zeigen, dass wir etwas festhalten und Selbstliebe könnte uns helfen, es leichter loszulassen. Nicht wahr? Weil Selbstliebe befreit uns dann von einem funktionalen Verhalten. Ich nehme mal ein Beispiel, das ich auch in Seminaren sehr gerne nehme, um mal so deutlich zu machen, wo das so im Alltag aus uns rausfluppt alles, was wir dann so festhalten und warum Selbstliebe ein Schlüssel ist, der uns im Loslassen hilft. Also ein Beispiel, ja, habe ich selber erlebt, so. Ein Schmankerl aus meinem Leben, so. Da gab es mal einen Tag, das ist auch schon das ein und andere Jahrzehnt her und es war ein runder Geburtstag, der gefeiert wurde und wie es dann so ist, große Feier, viele Menschen, man hat sich lange vorbereitet, man hat geschaut, was ziehe ich Schönes an und ich war dann auch verantwortlich an dem Tag für die Torte und die Torte, das muss man wissen, runder Geburtstag, großes Fest, nicht wahr? War in Auftrag gegeben worden bei einem Suppiduppi Konditor in Town, so, wie man das dann halt so macht, das ist was Besonderes und ja, das war halt eine ganz besondere Torte und ich hatte sie abgeholt und war jetzt mit meinen, ich habe mich schön gemacht und hatte die Torte in der Hand und war dann auf dem Weg zu dem runden Geburtstag, zu dem Ereignis, zu der Feier und ja, war so kurz, kurz vor der Haustür sozusagen mit Torte in der Hand und dann knickte ich aber um, so und dann stürzte ich und ich hatte einen Sturzreflex und der Sturzreflex war, egal wie du jetzt hinfällst, die Torte muss heile bleiben, ja, so und das kennen wir alle und vor allen Dingen, wir Frauen sind da sehr begabt, es war natürlich fatal, weil Hand, Knie, Klamotte aufgeschürft, nicht wahr? Hand und Knie blutig geschürft, Knöchel mit Bänderdehnung, Schwoll an, aber hey, ich ging dann hoch und die Torte ist unversehrt. Das ist eine Hausnummer, weil was sehen wir hier und viele Bilder jetzt, die zuhören und kennen ähnliche Erlebnisse aus dem Alltag, wo sie ihre Sturzreflexe oder Handlungsimpulse, Sturzreflexe beobachten können, wo das funktionale Verhalten gegenüber der Sache, sprich Torte, wichtiger war, nicht wahr? Also hätte man mich gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass ich so einen Reflex habe, wo kommt der Reflex her? Das kommt ja aus dem Unterbewussten, das schnellt dann hoch, nicht wahr? Ich trug in mir im Unterbewusstsein nichts Verankertes, was mit Selbstliebe zu tun hatte, sondern was ich in mir trug zu dem Zeitpunkt, das war, die Funktion zu erfüllen. Ich bin verantwortlich für die Torte und das geht jetzt über alles, weil das Ding ist wichtiger als ich. Das muss man sich klar machen. Und dann wollte ich natürlich die Erwartungen, weil die Torte großes Thema und große Erwartungen und die wollte ich um jeden Preis erfüllen. Und da prallen eben ganz viele Probleme aufeinander, aber ich war im Festhalten dieser funktionalen Ideen. Und ich war im Festhalten dieser Idee auch, dass das Ding zu schützen wichtiger war, als auf mich da aufzupassen. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war auch der Reflex ganz klar so angelegt, nicht wahr? In dem Beispiel wird deutlich, wie wenig Selbstliebe ich in mir trug zu dem Zeitpunkt. Und das ist ein großes Thema in meinem Leben gewesen. Und auch noch, aber mittlerweile habe ich mehr gelernt und auch Selbstliebe gelernt zu integrieren und unterrichte sie ja mittlerweile auch. Nicht wahr? So. Aber zu dem Zeitpunkt damals, da wird deutlich, wie wenig Selbstliebe hatte ich, dass ich zugelassen habe, das Ding zu beschützen. Meine Funktion als Tortenbeauftragte, wir kennen das doch alle, großes Fest, jeder hat irgendeinen Auftrag, ich war nie Tortenbeauftragte. Diese Funktion zu erfüllen, war ganz wichtig. Und natürlich dieses, ich will die Erwartungen der anderen unbedingt erfüllen, das gute Herz mal wieder, ohne auf sich aufzupassen, großes Thema auch. Und das alles stellte ich über mein Wohlergehen. Und man muss sich auch klar machen, schlussendlich über meine ganzheitliche Gesundheit, weil eine Torte ist ersetzbar und so weiter und so fort, ja. Aber Gesundheit und Leben, Leben ist unbezahlbar und unersetzbar. So, nicht wahr? Und ja, also ich hatte mir da gut was aufgeschürft und das war nicht lustig, nicht wahr? Aber was man dann natürlich auch so tut, und das ist auch wieder typisch Frau, die gelernt hat, diese Funktionen und Erwartungen und Dinge und so zu erfüllen. Ganz typisch, das sehe ich ja in meiner Arbeit, die meisten Frauen tragen das so als Reflex in sich. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist kein Problem. Also mir geht's gut, ich komme damit klar. Aber die Torte ist heil und freut euch und das Fest geht weiter und so weiter. So, und zwischendurch bin ich dann im Bad gewesen und habe die Wunden geleckt, mehr oder weniger so. Ja, aber so sich auch nicht anmerken zu lassen. Ja, also für mich war es dann schlussendlich schon ein Schlüsselerlebnis, mit dem ich dann auch begann zu arbeiten, natürlich im Nachhinein. Aber jetzt so erstmal in dem Moment, ja, da wird klar, du hältst etwas fest, weil du hast gar nicht die Selbstliebe in dir aufgebaut, um die Möglichkeit des Loslassens in Betracht zu ziehen. Naja, wenn man dieses Beispiel jetzt mit der Torte nimmt, da bekommt unser Titel heute ja auch eine ganz doppeldeutige Bedeutung. Nämlich, wie Selbstliebe dir beim Loslassen hilft, weil es bedeutet, wer gesunde Selbstliebe lernt, der lässt die Torte los. Ja, der schmeißt mit Torten. Der schmeißt mit Torten. Also, ich habe den Podcast gehört, wer Selbstliebe lebt, der schmeißt mit Torten. Ja, das ist sehr schön. Aber genau das ist es ja, weil Selbstliebe bedeutet ja Liebe zum lebendigen inneren Wesen, zur eigenen inneren Natur und zum Leben an sich, nicht wahr? Mit dem Fazit eben auch, Dinge mögen durchaus gewisse Werte haben, aber das Lebendige, das ist unbezahlbar, nicht wahr? So eine Torte, die ist ersetzbar, das Lebendige, nicht wahr? Das ist kostbar. Und Selbstliebe führt uns dahin. Und deswegen können wir mit gesunder Selbstliebe auch die Möglichkeit erkennen, dass wir die Torte loslassen dürfen. Das hatte ich nur damals absolut nicht in meinem inneren Programm des Unterbewusstseins, nicht wahr? So. Also, was ich aber dann rausgefunden habe, ist, in natürlicher Selbstliebe entdecken wir diese innere Natur. Wir gehen in Kontakt mit uns, wir spüren das Leben wieder mit uns und das hat immer mit einer Einmaligkeit im Umgang mit dem Leben zu tun, nicht wahr? Und das Fazit ist dann eben auch, was wir alle lernen durch die gesunde Selbstliebe, ist eben das rein Funktionale auch loslassen zu dürfen und auch wieder einmalige Gestalter zu werden, nicht wahr? Weil die Geschichte hätte ja auch ganz anders sein können, wenn ich zu dem Zeitpunkt Selbstliebe gehabt hätte, dann hätte ich die Torte losgelassen, ohne schlechtes Gewissen, nicht wahr? So, ich hätte sie losgelassen, ich hätte dann so fallen können, ohne mich zu verletzen, höchstwahrscheinlich, weil dann hätte ich gesunde Sturzreflexe gehabt, nicht wahr? Und ich wäre dann oben angekommen und hätte gesagt, ja, ihr Lieben, es ist, wie es ist, die Torte ist hinüber, so, da können wir jetzt alle nichts mehr mit anfangen, aber lasst uns gemeinsam gucken, was in den Schränken ist. Wir backen einfach was Schönes und machen einmaliges Erlebnis daraus. Hätte ja auch so sein können, nicht wahr? Also es gibt ja noch andere Möglichkeiten und es ist ja auch so, manchmal ist es so, wir wissen, wir haben in unserem Umfeld welche, die erwarten von uns, dass wir eher mit der heilen Torte ankommen, mit der unversehrten Torte, aber dafür, ne, aufgeschüfte Beine und Knie haben, aber die Torte ist da und das Fest ist gerettet. Durchaus gibt es solche Erwartungen auch, das wissen wir, aber dann müssen wir auch sagen, okay, es ist vielleicht mal Zeit, so ein Freundeshausputz zu machen und auszusortieren, wer ist in meinem Leben und darf von meiner Seite sein. Aber worauf ich hinaus will, es ist auch ganz oft so, dass wir einfach im Programm haben und Erwartungen unterstellen und einfach glauben, die anderen erwarten das jetzt, die anderen erwarten das jetzt und es stimmt gar nicht. Und auch das ist was, was ich dann im Laufe der Zeit des Lernens der Selbstliebe bei mir gesehen habe, das fand ich super entspannend. Und was ich auch, dadurch, dass ich es ja unterrichte, Selbstliebe zu lernen, nicht wahr, dass die Menschen immer wieder so aufatmen und sagen, ich habe gedacht, der und der würde das und das von mir erwarten oder ich habe gedacht, da und da wäre die und die Erwartung und die ist gar nicht da. Also wir unterstellen dem Gegenüber da auch manchmal was und nehmen das dann als Ausrede und auch das ist was, was wir lernen, eher für andere eine Fürsorge zu leben, als eine gesunde Selbstfürsorge, die aber immer in gesunder Selbstliebe gründen würde. Ja, die Torte steht eben für was. Die steht für was, der Sturzreflex, der steht für was. Also das, ja, definitiv. So, die Erwartung anderer loszulassen, da hilft die Selbstliebe halt auch. Ja, das ist es eben. Genau, weil das quält uns ja häufig ganz sehr, dass wir denken, es gibt diese Erwartungshaltung, nicht wahr? Aber gesunde Selbstliebe zu leben bedeutet eben auch, und das ist das, was ich sehr heilsam erfahren habe und deswegen heute auch so gerne weitergebe in meiner Arbeit, dass wir eben eine authentische Grundhaltung im Leben finden können. Und das tut so gut, weil wir dann so eine natürliche Stabilität in uns finden können, durch die Selbstliebe, nicht wahr? So. Und in der befürchten wir auch nicht gleich immer einen Liebesentzug, wenn wir jetzt Erwartungen in Funktion nicht erfüllen, ja? Ja, weil das steckt ja dahinter ganz häufig, dass wir denken, oh, jetzt erfahre ich einen Liebesentzug, weil ich bin gestürzt und habe die Torte losgelassen, das kann ich doch nicht machen. So, hallo, es ist nur eine Torte, aber ja, die Schürfwunden, die haben länger gedauert und der Knöchel, das hat ganz schön lange gedauert, bis das nicht mehr weht hat. Aber gut, ich habe es dann einfach genommen und habe gedacht, so, okay, das erinnert mich jetzt erstmal eine ganze Weile daran, dass ich mich um die Selbstliebe kümmern muss, und zwar im ernsten Sinne. Ja, Selbstliebe ist also sozusagen eine sichere Basis, die uns dann ermöglicht, Schritt für Schritt alle Torten, die wir festhalten, obschon die es uns erschadet, so aufzuspüren und loszulassen. Was wollen Sie denn loslassen? Ja, was wollen Sie denn loslassen? Torten, die wir festhalten, obschon die es uns erschadet. Sehr schönes Bild. Aber genau das ist es, deswegen habe ich heute das Beispiel mitgebracht, weil es ist der Alltag, wir haben den Alltag, das alltägliche Leben und das sehe ich ja auch in der Einzelarbeit, in der Einzelberatung, im Einzelcoaching, auch immer wieder, gerade wenn ich mit Frauen arbeite, nicht wahr, dass es da so vieles gibt, wo Alltagsreflexe sind und reaktive Sachen sind, wo wir uns schaden, weil die Kraft wahrer Liebe zu uns fehlt, nicht wahr. Aber es ist ja genau diese Kraft wahrer Liebe, nicht wahr, zum Lebendigen in uns, die es uns dann auch ermöglicht, zu erkennen und loszulassen, was eben nicht unserer wahren Natur entspricht. Funktional mit so einer Torte anzukommen, entspricht keinem Wesen. Ja, so, das ist totaler Quatsch, das ist nicht unsere wahre Natur, das ist, da sind wir indoktriniert mit funktionalem Erfüllen von irgendwas und unser Unterbewusstsein. Wartet darauf, wie du so schön gesagt hast, dass wir diese Glaubenssätze und Inhalte austauschen durch Neue und da hilft uns die Kraft wahrer Liebe, damit wir nämlich wieder spüren können, was wir wirklich im Leben wollen, sein wollen und was wir ins Leben bringen wollen, weil das blockiert sich doch sonst alles. Das ist doch die schönste frohe Botschaft in der Selbstliebe, die uns hilft, loszulassen, dass wir dann auch einen freien Raum wieder haben, um sein zu können, was wir im Innersten sind, was wir sein wollen und was wir ins Leben bringen wollen. Da geht es ja erst richtig los, dass wir Sinn füreinander sind. Und so schenkt uns eben die gesunde Selbstliebe immer die Fähigkeit zum Loslassen und zum Aufbauen neuer Inhalte. Und das tut so gut, ihr Lieben. Also, über die Selbstliebe werdet ihr auch wieder spüren, dem Leben wieder Sinn verleihen und ihr werdet wieder spüren, was euch begeistert, weil ihr in Kontakt mit eurem inneren Wesen geht, weil ihr die Inhalte austauschen könnt, Schädliches loslassen könnt, mit Torten werfen können und wieder spüren könnt, was in Einklang mit dem inneren Wesen ist, was in Resonanz mit dem inneren Wesen schwingt, nicht wahr? Das Natürliche wieder ins Leben bringen, die Möglichkeit erkennen und wissen, ich darf das, nicht wahr? Dann beginnt ja auch wieder die innere Zufriedenheit, inneres Gleichgewicht, innere Harmonie, gesunde Harmonie und innerer Frieden beginnt sich dann in uns zu entfalten und das wünsche ich euch so sehr. Dafür möge die Geschichte heute eine schöne Inspiration für jeden sein, dass es sich lohnt, der Selbstliebe entgegenzugehen. Das wünsche ich euch. Und vor allem, wie du eben so schön sagst, die gesunde Selbstliebe. Ich möchte deswegen gerne, weil Selbstliebe, wir hören es immer wieder, ein Thema ist, was viele auch unserer Hörer beschäftigt, den Podcast nochmal erwähnen. Haben wir alle nicht gelernt, müssen wir lernen, so ist es. Den Podcast Nummer 4, das war, warum Selbstliebe nicht egoistisch ist. Der ist lustig. Ja, da geht es nicht so sehr um Torten, aber darum, wie wir nackt vor dem Spiegel stehen. Ja, der ist auch sehr schön, ihr Lieben. Also das ist auch herrlich. Den schenkt euch auch noch zu hören. Auch hört euch einfach durch alle durch, die sind alle schön. Wir sind einfach drin, was uns hilft wieder, das Leben zu lieben. Jawohl. Und dein Trainingsalbum sei natürlich an dieser Stelle auch erwähnt, dein Trainingsalbum zur Selbstliebe. Durch Selbstliebe ins Selbstbewusstsein mit einer meditativen Übung zum Selbstliebelernen und auch eine Übung mit stärkenden, positiven Affirmationen, um die Selbstliebe dann auch in den Alltag zu holen und im Unterbewusstsein noch zu verankern, wie wir es eben schon hatten. Großartig. Ja, ihr Lieben, also das lege ich euch ans Herz. Wer anfangen will, sich mit der Selbstliebe und dem Selbstliebelernen wieder zu beschäftigen und ich kann nur aus eigener Erfahrung und auch aus meiner Arbeitspraxis sagen, das ist ein großer Schlüssel, um gesund loszulassen und gesund aufzubauen und wieder in Einklang und Resonanz mit dem Leben zu gehen. Das wünsche ich euch, ihr Lieben. Alle CDs, der mit reißen, wie immer auf sera-binia.de und ich bedanke mich recht herzlich für dieses liebevolle, hilfreiche, heilsame Gespräch. Ja, das hat eine große Freude gemacht heute. Ihr Lieben, habt eine ganz schöne Woche mit all den neuen Impulsen. Und mit einem neuen Blick auf die Torten im Leben. Genau, schmeißt mir Torten und lernt die Selbstliebe. Alles Liebe. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-binia.de und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera-Binia-Verlag. Dankeschön. Tschüss.